So Freunde, neues Hertha-Video jetzt hier auf dem Samstag. Wir spielen ja morgen erst in Kiel. Freue ich mich schon ganz doll drauf. Ihr könnt euch gerne das Video anschauen, den Vorbericht. Den habe ich gestern hochgeladen auf YouTube. Und heute geht es noch mal kurz um Themen, die ich gestern nicht mit reingebracht habe ins Video. Zum einen um Anderson Lukuki, der verpflichtet wurde. Da berichtete jetzt die BILD, dass vielleicht sogar schon Abgang im Winter bevorstehen könnte. Und es geht ein bisschen um seine Rolle im Team und wie das damals alles geplant war. Und es geht noch mal um die Mitgliederversammlung. Da haben wir als Mitglieder gestern alle eine Einladung erhalten, die ja im Oktober stattfindet, wo auch Nachwahlen zum Präsidium stattfinden. Und da gibt es auch wieder ein paar Punkte auf der Tagesordnung, aber eben auch Anträge, die ganz interessant sind. Unter anderem einmal wieder, das ist ja nichts Neues mehr bei uns, ein Abwahlantrag fürs gesamte Präsidium und den ganzen Aufsichtsrat. Dazu werde ich ein bisschen meine Meinung hier kundtun. Und wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Wir sind übrigens am morgigen Sonntag, für alle, die keine Karten bekommen haben oder eben nicht auswärts fahren konnten, und aus anderen Gründen sind wir ab 12 Uhr im Watchalong. Freue ich mich ganz doll drauf gegen Holstein Kiel. Ich bin schon äußerst gespannt und bin auch gespannt, wie das fehlende Puzzleteil gelöst wird. Ich bin mal gespannt. Ich sage dann morgen mal, wenn wir online sind, was ich denn denke, wer denn spielen wird für Palco Daday. Ja, lasst uns anfangen mit Andersson Lukouki, ist verpflichtet worden, als Linksverteidiger ablösefrei wohlgemerkt, mit einem Einjahresvertrag ausgestattet, der nicht wirklich hohe Bezüge haben sollte, wenn man den Medien Glauben schenken möchte. Und das war erstmal, denke ich mal, auch so ein Stück weit ein Absicherungstransfer. Andersson Lukouki ist sicherlich kein schlechter Fußballer, aber seine Zeit bei Mainz konnte er sich nicht wirklich durchsetzen und vor allem auch länger hat er überhaupt keine Rolle mehr schon gespielt. Auf der Linksverteidigerposition wurde er ja dann letztes Jahr an Hansa Rostock ausgeliehen und selbst bei einem sehr abstiegsbedrohten Klub konnte er sich nicht durchsetzen und auch nicht seinen Stempel hinterlassen mit seinen Leistungen, sodass Mainz dann den Vertrag aufgelöst hat, da er ja eigentlich noch bis 2024 gelaufen wäre und wir ihn ablösefrei verpflichten konnten, um erstmal diese Lücke zu stopfen. Wir haben mit Marvin Plattenhard nicht verlängert, wir haben Mittelstädt abgegeben und wir haben Ulrich abgegeben, zuvor noch Lukarnetz. Das heißt, wir hatten wirklich, außer Elias Straßner, der ja nun wirklich noch keine wirkliche Profi-Erfahrung hat und er auch kaum, ich weiß gar nicht, vor der Saison hatte er glaube ich noch kein Spiel im Herrenbereich gehabt, sondern nur in der U19 hatten wir keinen Linksverteidiger de facto. Und dann hat man sich eben dafür entschieden, Andersson Lukouki zu verpflichten und Dudziak, Dudziak war für mich damals echt überraschend, dass man den als Linksverteidiger gesehen hat, auch wenn er es damals in seiner Anfangszeit, wo er Profi geworden ist und auch bei St. Pauli viel gespielt hat, aber seine guten Seiten ja dann auf der zentralen offensiven Mittelfeldposition hatte. Auf jeden Fall hatte man dementsprechend dann eben einen Dudziak, der das spielen kann, der aber auch woanders eingesetzt werden könnte, wenn da noch Lücken gewesen wären zu diesem Zeitpunkt. Lukouki, der eben angestammter Linksverteidiger in der Viererkette als auch in der Fünferkette spielen kann und man hat den Elias Straßner. Rein theoretisch hätte man zu dem Zeitpunkt auch noch einen Rese gehabt, der in einem Dreier-Fünfer-Kettensystem auch die linke Schiene bespielen kann, was er ja bei Holstein-Kiel auch schon des Öfteren bewiesen hat. Von daher machte der Transfer durchaus Sinn. Man war ja sicherlich ziemlich lange schon daran interessiert, Karbovnik zu verpflichten, aber wir wissen ja, dass bei Karbovnik auch wirklich viele andere Klubs aus Bundesliga und Zweite Liga interessiert waren. So war man sich halt nicht sicher und hat erstmal einen Backup-Transfer getätigt. So, jetzt berichtet die Bild, dadurch, dass er überhaupt keine Rolle mehr spielt und wir ja Karbovnik eben auch bekommen haben, könnte es sein, dass er uns schon im Winter verlässt, dass man das Kapitel schon im Winter beendet. Ich denke mal, dass man das trotzdem bis zum Ende des Jahres durchziehen wird und dann sich so Anfang nächsten Jahres im Frühjahr eine Entscheidung treffen wird, ob man diesen Vertrag verlängert. Denn aus der Sicht von Lukouki, ich bin mir nicht sicher, ob es da jetzt wirklich Angebote gäbe im Winter, wo er wirklich spielen könnte. Vielleicht ist es so, aus der dritten Liga oder so, wo er einen Klub sieht, wo er sagt, Dakiri, Spielzeit bei uns, ist es derzeit nicht der Fall. Er hat diese eine Halbzeit gespielt, da war Karbovnik, glaube ich, nee, da war er noch nicht verpflichtet. Da wurde er eingewechselt für Dudziak. Ansonsten hat er in der ersten Mannschaft keine Rolle bisher gespielt, ist jetzt mit der U23 auch gegen Blackburn im Einsatz gewesen. Das ist sicherlich auch nicht sein Anspruch in der Regionalliga-Mannschaft. Allerdings hat er ja auch im letzten Jahr nicht nachgewiesen, dass er für einen Zweitliga-Absteiger da so eine wichtige Säule sein kann. Und jetzt haben wir eben Dudziak, der links spielen kann und das auch super gemacht hat. Karbovnik hat zwar letztes Mal rechts gespielt, aber rechts haben wir ja Alternativen. Das heißt, wenn Dudziak mal ausfallen sollte oder im Mittelfeld gebraucht wird, kann Karbovnik nach links rücken. Und rechts sind Kenny und Seevolk. Möglicher Ersatz, sogar noch ein Pekarik, den man zur Not auch noch links stellen kann. Also ich glaube, es wird derzeit sehr, sehr schwer für ihn in den Kader zu kommen. Und ich glaube, das wird sich auch mittelfristig, kurzfristig nicht ändern. Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass dieser Transfer, der erstmal auch ein bisschen aus der Not heraus zur Absicherung getätigt wurde, dass man sich da wirklich schon sicher ist, dass man den wahrscheinlich nicht über den Sommer hin halten möchte. Mal gucken, was dann wirklich im Winter passiert. Ob es vielleicht wirklich so kommen könnte, dass man sich einig, diesen Vertrag aufzulösen und er einen neuen Klub findet. Dadurch, dass sein Gehalt ja relativ gering sein soll, könnte es sogar sein, dass er da nochmal Abstriche machen würde. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ist jetzt auch kein Hate oder so gegen ihn, aber da sind halt individuell und auch formtechnisch einfach zu viele Spieler derzeit vor ihm, muss man sagen. Und trotzdem haben wir auch immer noch einen Elias Straßner, der sich ja auch noch weiterentwickeln soll hinter den angestammten Linksverteidigern. Ja, kommen wir zur Mitgliederversammlung, die im Oktober stattfinden wird und die durchaus nicht unwichtig ist, weil wir ja dort auch Präsidiumsmitglieder nachwählen werden. 21 Kandidaten gibt es. Ich hatte schon mal ein Video darüber gemacht. Ihr findet auf der Homepage von hertha.bc.com zu jedem Präsidiumsanwärter von den 21 einen Steckbrief und auch ein bisschen was, wo er über sich selber erzählt. Könnt ihr euch selber ein Bild darüber machen. Es gibt da nochmal eine Infoveranstaltung. Ich will jetzt nicht Falsches sagen, die ist Anfang Oktober. Habe ich aber gerade das Datum nicht im Kopf. Das war der, nee, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Da gibt es nochmal eine Infoveranstaltung im Amateurstadion, wo es auch in Gruppen so ein bisschen vorgestellt wird, die einzelnen Präsidiumsmitglieder. Ist nichts Unwichtiges, wenn ihr dafür Zeit findet und euch das wichtig ist, wen ihr da rein wählt und ihr da mehr Infos haben wollt, als nur diese Zwei-Minuten-Rede auf der Mitgliederversammlung. Dann empfehle ich euch auf jeden Fall, wenn ihr die Zeit findet, dort hinzugehen. Und ansonsten ist dann am Sonntag, dem 15. Oktober, die Mitgliederversammlung ab 11 Uhr. Und da werden dann zwei bis vier Präsidiumsmitglieder nachgewählt, nachdem ja auch noch Tim Kauermann das Präsidium verlassen hatte. Je nachdem wie viele, mindestens zwei, maximal vier werden nachgewählt. Und es gibt natürlich auch wieder Anträge. Ansonsten finde ich ganz, ganz interessant für den Tagesordnungspunkt, den Bericht des Präsidiums mit Vorlage der Bilanz, einschließlich der Gewinn- und Verlustrechnung bis zum 30.06. Auch die Mitgliederzahl finde ich nicht uninteressant. Vielleicht, damit man das aktualisieren kann, wenn der eine oder andere überlegt, dann macht euch doch gerne noch eine Mitgliedschaft, wenn ihr schon mit Hertha im Herzen habt, wenn ihr ab und an mal ins Stadion geht oder auch häufig und noch kein Mitglied seid. Es geht nicht darum, dass ihr die Vorteile habt, sondern um diesen Klub eben zu unterstützen. Ein paar Vorteile kriegt man ja sogar noch. Letztes Mal hatten wir 46.057. Vielleicht ist der ein oder andere nicht unwichtig, um die nächsten Tausender-Schritte zu erreichen. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Nachwahl des Präsidiums und Anträge gibt es. Es gibt zum einen einen Antrag auf Satzungsänderung. Da geht es darum, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden. Hier explizit, wenn die Wahl des Präsidiums oder des Aufsichtsrates stattfindet, dann darf die Präsenzveranstaltung mit der Wahl nur durchgeführt werden, wenn die Hälfte der Mitglieder zur Versammlung der eingeladenen Mitglieder auch kommen. Ansonsten muss es digital irgendwie durchgeführt werden. Mal gucken, ob das ein Antrag ist, den die Mitglieder interessant finden. Dann gibt es noch einen Antrag, den ich eigentlich in der Intention echt cool finde. Mal gucken, ob sowas generell mal gemacht wird. Macht an sich auf jeden Fall Sinn. Da geht es um eine Anleihe, eine Fan-Anleihe, dass Fans quasi Anleihen kaufen können. Das ist dann, um es mal ein bisschen einfach zu übersetzen, wäre es quasi ein Darlehen von uns Fans an Hertha BSC. Und diese Anleihe soll ab 100 Euro funktionieren, sodass man mit mindestens 100 Euro einsteigen könnte und auch mit 0 Prozent verzinst wird. Also da geht es dann tatsächlich darum, dass die Fans das machen, um Hertha Geld zur Verfügung zu stellen, was im Kern erstmal eine gute Sache ist, was nicht schlecht ist, wo ich schon öfter drüber nachgedacht hatte, warum gibt es das nicht, wo auch viele schon immer gefragt hatten in den Kommentaren, könnte man sowas nicht machen. Klar, bei der Inflation ist es eben tatsächlich dann so, dass man eigentlich ja dann Geld verliert, aber man macht es ja für seinen Club und hat dann eben eine Anleihe. Und es gibt sicherlich auch ein paar Leute, die sehr viel Geld haben, die da auch mehr zur Verfügung stellen würden. Was ähnliches hat ja eigentlich Kühne jetzt gerade gemacht. Bloß ein bisschen anderer Form. Kühne hat ein Darlehen gegeben, was deutlich unter den Zinsen liegt. Bei Hamburg, die es normalerweise am Markt jetzt geben würde. Ich glaube, 35 Millionen waren es mit 3,5 Prozent Verzinsung. Und wenn sie das bis 28 nicht zurückzahlen, kriegt der Anteile. Das wäre natürlich dann nicht der Fall. Es geht da wirklich nur im Sinne des Vereins. Und das erste Mal finde ich, ein Antrag, der auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat, ob das dann alles umgesetzt wird und wie viel da wirklich für Hertha rumkommen würde. Ob das dann alles Sinn macht, ist jetzt eine andere Frage. Aber das ist, finde ich, ein Antrag mit einer guten Intention. Null Prozent Verzinsung, also ein kostenloses Darlehen von den Mitgliedern oder von den Leuten, die die Anleihe nehmen. Für Hertha wäre das quasi nur mal so als kleine Erklärung. Ja, und dann gibt es noch einen Antrag. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Das haben wir gefühlt auf jeder Mitgliederversammlung zur Abwahl. Also ein Abwahlantrag für den gesamten Aufsichtsrat und das gesamte Präsidium. Wir hatten das unter anderem natürlich auch bei Gegenbauer. Selbst damals haben wir nicht die Dreiviertelmehrheit erlangt, die es gebraucht hätte, um ihn abzuwählen. Er ist ja dann freiwillig zurückgetreten. Also es bedürfte eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder. Mehr als Dreiviertel müssten dem zustimmen, damit das gesamte Präsidium oder der gesamte Aufsichtsrat eben abgewählt wird. Ich muss dazu sagen, ja, also ich finde den jetzt nicht wirklich fundiert. Das ist meine Meinung. Könnt ihr selber euch durchlesen. Alle Mitglieder haben ja die Einladung erhalten. Wenn ich jetzt was aus dem Antrag vorlese, ist auch nichts Neues. Er schwirrt schon überall im Internet rum, auch für Nichtmitglieder ersichtlich. Also zum einen Mal finde ich die Argumentationsstruktur da ein bisschen schwierig. Erstmal, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe andauernd Fehler in meinen Thumbnails und in meinen Titeln, weil ich immer hektisch unterwegs alles mache. Also man könnte bei mir schon davon ausgehen, dass ich ein leichter Legastheniker bin. Jetzt ohne Witz, wenn man das einfach immer nur liest. Mich fragen das auch Leute, ob ich da irgendwie eine Schwäche habe, weil ich das immer zwischendurch mache. Fettfinger, Autokorrektur und so weiter. Aber hier sind halt schon wieder auch einfache Rechtschreibfehler zum einen drin. Gut, das ist jetzt erstmal nicht entscheidend für den Inhalt, muss man auch dazu sagen. Aber hier wird unter anderem gesagt, der neue Präsident verstrickt sich immer wieder in Lügen, sei es mit dem Hauptsponsor, sei es mit dem Umgang von Mitarbeitern, sei es mit Torwart Gersbeck und so weiter. Wäre ja auch in dem Sinne nachvollziehbar, wenn es dafür irgendwie Beweise geben würde oder Belege geben würde. Aber das ist irgendwie nur so, ich habe das Gefühl, er verwickelt sich. Na gut, soll jeder selber entscheiden. Aber es wirkt für mich nicht wirklich fundiert. Sagen wir es mal so. Dann steht hier drin, die Amtszeit des Präsidiums ist voll durchzogen von finanzieller Mitwirtschaft, sportlicher Erfolgslosigkeit. Und vor allem wird dem Präsidium und auch dem Aufsichtsrat vorgeworfen, dass wir in die zweite Liga abgestiegen sind. Und da muss ich einfach sagen, natürlich sind sicherlich auch in der Zeit Fehler passiert. Auch sicherlich Fehler, die man den Mitgliedern aus dem Präsidium oder Aufsichtsrat zuordnen kann. Das würde ich auf jeden Fall nicht abstreiten. Und da wäre es auch interessant, immer noch mehr detailliertes Wissen zu bekommen. Auch gerade im Umgang mit den Kündigungen und so weiter gibt es bestimmt etliche Sachen, die auch falsch gelaufen sind. Aber ich finde immer, wir haben es, wie lange ist er jetzt? Ist das ein Jahr? Ein bisschen mehr als ein Jahr ist jetzt das neue Präsidium. Das sind es schon zwei. Seht ihr, ich komme schon vor. Nee, ein bisschen mehr als ein Jahr. Ich finde, so runtergewirtschaftet, wie wir finanziell waren, kann man das nicht einem neuen Präsidium vorwerfen. Ich habe ja damals schon gesagt, selbst bei Bobic, ein Trainer kann relativ kurzfristig was ändern. Relativ kurzfristig. Mit den Mitteln, die er halt zur Verfügung hat. Ein Manager oder jemand, der den Kader zusammenstellt, kann schon ein Fundament legen. Aber auch da wird es nicht von heute auf morgen gehen. Erst recht nicht, wenn ein Verein völlig überschuldet ist und kein Geld hat und andere Transferüberschüsse erzielen muss. Aber der kann schon auch Hebel in Bewegung setzen. Größere Hebel. Aber ein größerer Hebel dauert länger, hat dann aber mehr Wirkung. Und bei einem Präsidium ist es ja noch langfristiger. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, als wir damals dann das Präsidium um Gegenbauer hatten, da kann man den weder, den kurzfristigen Erfolg im sportlichen Bereich, in anderen Bereichen vielleicht schon. Deswegen kann man da auch Sachen kritisieren, sicherlich. Aber im sportlichen Bereich dem Präsidium und dem Aufsichtsrat kurzfristig die Schuld für einen Abstieg zu geben, das fällt mir persönlich schwer. Könnt ihr mal eure Meinung reinschreiben, ob ihr das anders seht. Also da würde ich eher, klar, da könnte man auch sagen, vielleicht hätte man sich früher von Bobic trennen müssen und direkt mal einen Benni Weber reinbringen müssen. Sowas kann man vielleicht sagen. Aber dass die Erfolglosigkeit, die ja jetzt schon über Jahre geht und diese krasse finanzielle Misswirtschaft am Start ist, ich finde, das kann man jetzt nicht nur dem, das kann man jetzt nicht sagen, das liegt an dem neuen Präsidium. Wobei ich auch schon mal ein Interview gehört hatte von Steffel wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der sagte, mit ihm wäre man nicht in die zweite Liga abgestiegen. Das ist natürlich auch immer einfach gesagt. Aber wer weiß, es ist natürlich auch eine hypothetische Frage. Vielleicht sind ja auch Fehler passiert, dass es dazu geführt hat. Aber ich finde, derzeit sind wir auf so einem guten Weg. Ich finde auch zu diesem einen Punkt, es gibt keinen erkennbaren Plan, wofür Hertha steht und wofür Hertha BSC stehen soll. Also das finde ich schon. Meiner Meinung nach sind wir jetzt ja gerade in einem Sanierungsprozess und wir wollen dafür stehen, dass wir ein Club sind, der vor allem in Zukunft eben schwarze Zahlen schreibt, der nicht Geld ausgibt, was er nicht hat, um eine Wette auf die Zukunft zu haben, sondern ein Club zu sein, der viele junge Talente integriert, der endlich mal aus seiner Jugendakademie, die eine der besten in Deutschland ist, auch mal Wertschöpfung erhält, also sowohl auf dem Platz als später dann auch monetär, dass diese Spieler dann uns vielleicht teuer verlassen. Also wir werden jetzt kein Club sein, wo die Spieler dann ewig bleiben, die überperformen, sondern dass man dann eben auch mal, wenn ein Spieler sich super entwickelt hat, wie damals in Brooks, dass man ihn dann eine gute Durchlässigkeit hat, auch mit dem Trainer, den wir gerade haben und dass man dann diesen Spieler eben am besten für einen zweistelligen Millionenbetrag irgendwo hin verkauft, am besten nach England, wo wir dann viel Kohle für bekommen. Also ich finde, aus meiner Sicht sieht man schon, wofür wir stehen wollen. Ich verstehe es aber auch so ein bisschen, was da drin steht, dass man zu wenig Ansprüche hat, das habe ich ja auch schon mal gesagt, was so die Zielsetzung angeht und so weiter, aber nachdem wir immer große Töne gespuckt haben und wie wir auch wissen, egal was man nach außen sagt, du wirst dann daran extrem gemessen und wir haben es in den letzten Jahren nie eingehalten und in Deutschland, gerade in Deutschland, im Profisport ist schon der, der Gewinner, der nach außen hin immer Understatement propagiert. Das ist ja genauso bei Union zum Beispiel, wo nicht nur Hertha-Fans, sondern auch andere Fans dann immer schon sagen, ja, Hauptsache, die steigen nicht ab. Am Ende ist es so, du hast intern natürlich andere Ziele, du musst auch andere Sachen erreichen, aber das muss ja erstmal die Kommunikation sein, so fährst du in Deutschland und am besten mir gefällt es auch überhaupt nicht, habe ich ja schon ganz oft gesagt, ich bin überhaupt kein Freund von sowas, aber wir sehen es ja auch immer, wie es den Leuten, ja, dann auf die Füße fällt, ob das jetzt Schalke war, die berechtigterweise gesagt hat, wir wollen direkt wieder aufsteigen, was das für einen Druck erzeugt, ob das Tim Walter war, der letztes Jahr gesagt hat, ja, was die Leute nicht wissen, dass der HSV nächstes Jahr Bundesliga spielt, sowas fällt dir immer auf die Füße, gerade in Deutschland und von daher ist es ja auch nochmal ein Unterschied, was das Bild ist, was hat man für einen Anspruch und nach außen und was will man machen, will man erstmal demütig sein und was hat man intern für Zielsetzungen, die weiß ich natürlich nicht, wenn die genauso wären, fände ich die natürlich auch nicht top, aber ja, das, also ich finde, aus meiner Sicht sieht man schon, das, also ich glaube, was will ich eigentlich damit sagen, lest euch den selber durch, bildet euch eure eigene Meinung, das ist meine Meinung, wir hatten so viele Abfallanträge, ich glaube, der wird keine Rolle spielen, ich habe das eigentlich jetzt nur deshalb erwähnt, weil die Bild-Zeitung diesen Antrag schon wieder so dargestellt hat, als ob es richtig rumort, sie haben es natürlich offen gelassen, sie haben gesagt, ist das nur die Meinung eines Einzelnen oder rumort es richtig in der Fansäle und hat man da jetzt komplett ein neues Präsidium bald wieder zu bestellen, weil die abgewählt werden, also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, mal gucken, ich werde mir mal die Kommentare angucken, ob ihr es anders seht, ich fand der Artikel, natürlich musst du es ja auch so schreiben, damit es ein bisschen interessanter ist, in so einer Zeit, wo nicht mehr so viel durchsickert und wo es für unsere Verhältnisse mega ruhig gerade um uns ist, da muss man natürlich so einen Antrag ein bisschen interessanter gestalten und sagen, hier, da liegt ein Abfallantrag vor mit schlimmen Vorwürfen und so weiter, ich finde den nicht unfassbar fundiert, auch wenn vielleicht einige Sachen kritisch zu sehen sind, man sollte immer kritisch bleiben, finde ich, egal, ob man diejenigen jetzt gut findet oder nicht, man sollte trotzdem auch immer kritisch hinterfragen als Fan und als Zuschauer und als Mitglied, damit eben vielleicht gewisse Dinge auch angesprochen werden, die falsch gelaufen sind und nicht einfach jeder einfach nur alles immer durchbringen kann, was er möchte, aber ich fand das von einer, ich weiß nicht, ob ihr den Bildartikel gelesen habt, aber ich fand das dann dort auch schon wieder ein bisschen reißerisch einfach geschrieben, was ja auch nachvollziehbar ist, die Aufgabe von Zeitschriften, wie gesagt, gerade in solchen Zeiten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt, wir hatten letztes Mal die Abfallanträge, das war gegen, gegen wen waren die Abfallanträge? Das war gegen das Präsidium, auch das gesamte Präsidium und wir hatten einen Abfallantrag gegen Klaus Brüggemann, glaube ich, das waren die Abfallanträge und damals war es so, da gab es dann auf der, also es war jetzt im Mai 2023, dann kamen die Anträge, war ja sowieso eine wilde Mitgliederversammlung und dann gab es einen Antrag, der sich mit der Nichtbefassung, also das war ein Antrag zur Nichtbefassung mit dem Abfallantrag aufs Präsidium und der hat dann die große Mehrheit erzielt, sodass man sich gar nicht darüber abstimmen musste, ob das Präsidium abgewählt wird. So ist es das letzte Mal abgelaufen, mal gucken, wie es dieses Mal wird, wie gesagt, ansonsten bräuchte man, selbst wenn der Antrag zur Abstimmung kommt, eine Dreiviertelmehrheit und Brüggemann, ich glaube, der Antrag wurde damals, darüber wurde abgestimmt, hat aber auch nicht die Mehrheit gefunden, wenn ich es jetzt in richtig gesehen habe. Also lest euch den mal selber durch, gibt sicherlich auch Leute, die das für wirklich richtig empfinden, wäre ich mal gespannt, wie ihr das jetzt seht. Ich finde, derzeit bauen wir gerade so ein gutes Fundament auf, ob das dann langfristig alles klappt, werden wir sehen, aber ich finde, gerade wenn ich jetzt an Benni Weber denke, diese Personalentscheidung scheint jetzt zum jetzigen Stand erstmal Gold wert zu sein. Ich hoffe ja sehr, dass es mit ihm klappt, dass es mit ihm funktioniert. Ich bin erstmal sehr begeistert von seiner ersten Transferphase. Wir haben weiterhin extrem finanziellen Druck auf dem Kessel, ist klar. Sicherlich auch viele Entscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann. Bin ich auch mal gespannt auf die ganzen Wortmeldungen dann wieder bei der Mitgliederversammlung, was die Mitglieder so für Fragen stellen und was die Antworten auch da drauf sind. Aber ich würde Ihnen jetzt, ja, ist ein Antrag, werden wir sehen, haben wir öfter schon gehabt, werden wir sehen, wie viele da der Meinung entsprechen. Für mich macht er jetzt nicht den Megafund diesen Antrag andersrum. Natürlich, kurz und bündig ist besser. Als letztes Mal hatten wir, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das waren, es waren ja unfassbar viele Seiten in dem Antrag. Vielleicht wollte er es einfach kurz und bündig halten, aber manchmal muss man dann vielleicht auch schon ein bisschen detaillierter drauf eingehen, um das irgendwie, also für mich jetzt, damit ich das irgendwie besser nachvollziehen kann, auch mit Belegen. Naja, schauen wir mal, wie das wird. Eure Meinung gerne dazu in die Kommentare. Wir sehen uns morgen auf Twitch um 12 Uhr, freue ich mich drauf. Da geht es dann auch wieder um Fußball, macht sowieso viel mehr Spaß und dann hoffen wir auf den zweiten Heimsieg in Folge. In diesem Sinne, schönes Wochenende, schönen Samstag, hao hee und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020